Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Schöffen beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren, sind sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank, Gedeisen, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken sie eine Mail. Taxis ranwinken, im Dunkeln schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren, das alles können sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem, so was machen sie mit links. Im Sitzen liegen oder stehen meistens gelingt. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Sie schwingen, reden im Parlament, reiten durch den Orient und leiten eine Raumstation im All. Zähmen Tiger, werfen Messer, wissen immer alles besser, holen im Frauenfußball den Pokal. Schlaflitzingen, Fallschirmspringen, Gewichte heben, im Pflaster kleben, in Turnschuhen oder auf Plateau. Männer verführen, bestellen und stornieren, tanzen nachts, bis es kracht und morgens sowieso Bauch, Beine, Po. Für Frauen ist das kein Problem, so was machen sie mit links. Im Sitzen liegen oder stehen meistens gelingt. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Für Frauen ist das kein Problem. So was machen sie mit links. Im Sitzen liegen oder stehen meistens gelingt. Gar keine Frage. Für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Wenn ich's doch sage.